Eine Weinbergschnecke, die ist im Auwald sehr häufig. Für die Natur jetzt und für den Auwald im Speziellen ist Hochwasser keine Katastrophe, sondern ein natürliches Ereignis. Der Biber ist eine Art, was im Auwald sehr nützlich ist, eigentlich überall recht nützlich ist. Ursprünglich war der Inn ein verzweigter, alpin geprägter Wildfluss. Im Laufe der Zeit wurde er durch Hochwasserschutz und Landgewinnung verändert. Dennoch ist der Inn ein Naturraum, der vielen Tieren und Pflanzen einen natürlichen Lebensraum bietet. Ich bin Biologin Beate Brunninger und wir machen heute die Auwaldwanderung. Themen sind heute Auwaldökologie, Hochwasser, Pflanzen, Tiere, wir hören trotz Wind, ob wir ein paar Vögel hören. Da sind wir jetzt wegen der Säule stehen geblieben. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, eine Hochwassersäule vom Inn. Der Inn kommt ja aus dem Gebirge, bringt die Schneeschmelze mit. Und die Schneeschmelze ist eigentlich im Gebirge erst so ab Juni. Deswegen haben wir da die höchsten Pegelstände. Da sieht man es 1940, erst der Sechster. Das ist so ein Schmelzwasser, Hochwasser. Hochwasser ist jetzt nur für uns Menschen so ein Problem, wenn alles kaputt geht. Für die Natur jetzt und für den Auwald im Speziellen ist Hochwasser keine Katastrophe, sondern ein natürliches Ereignis. Und für den Auwald sogar lebenserhalten. Man kann sogar sagen, es gäbe keinen Auwald ohne Hochwasser. Wenn man sich nämlich anschaut, wo Auwald überall wächst, wird man feststellen, dass die eigentlich nur und ausschließlich entlang von Fließgewässern gedeiht, die Hochwasser erzeugen können. Also ob es jetzt ein Bach ist oder ein Fluss. Der Auwald ist ein spezieller Waldtyp, in dem alle Tiere und Pflanzen mit Hochwasser gut zurechtkommen. Für die Weide zum Beispiel ist es kein Problem, ein halbes Jahr lang nasse Füße zu haben. Auch die Tiere haben spezielle Anpassungen entwickelt. Im Auwald findet man keine Bodenameisen, sondern sogenannte Holzameisen, welche ihre Nester in Bäumen bauen. Die Spechte wissen das, dass die Ameisen in den Baumstämmen drin sind. Die klopfen da an, hören, ob da drin hohl ist. Und wenn ja, dann machen die da auf, machen die ihre Löcher rein und holen sich die Ameisenlarven und die Ameisen raus. Spechte wiederum selber sind auch sehr wichtig für die Tierwelt. Die sind sogenannte Schlüsselarten, weil die nämlich die einzigen sind, die Bruthöhlen bauen, also die Wohnungsbauer im Tierreich. Und diese alten Spechthöhlen können dann wieder von anderen Tieren besiedelt werden. Weil Spechte machen für jede Brut ein neues Loch. Und die alten bleiben dann quasi für Nachmieter übrig. Eine Weinbergschnecke. Ja, die sind im Auwald sehr häufig. Und die können sich auch dem Hochwasser entziehen, indem sie da rechtzeitig die Bäume raufklettern und sich dann da oben irgendwo abkapseln. Wir haben ja natürlich auch Biber. Der Biber ist eine Art, was im Auwald sehr nützlich ist. Eigentlich überall recht nützlich ist. Und zwar deswegen, weil er die Artenvielfalt ganz enorm fördert. Die ganze Lebensweise vom Biber, der fällnormalen Baum, entsteht Totholz. Totholz ist wieder wichtig für die ganze Natur, für die Insekten, die dann drin ihre Laufen haben, für die Spechte, die das dann wieder fressen. Dann geht der Biber her und macht dann Damm. Macht aus einem Fließgewässer, am Bach zum Beispiel, macht er ein stehendes Gewässer, weil er den aufstaut zum Beispiel. Und in einem stehenden Gewässer können ganz andere Tiere drin leben als wie in einem Fließgewässer. Da kommen dann völlig andere Lebellen her, die eben Stillgewässer brauchen. Völlig andere Pflanzen sind dann da. Bis zum 20. Jahrhundert wurde der Biber wegen seines wertvollen Pelzes und seiner Duftdrüsen beinahe ausgerottet. Im Naturreservat Unterer Inn finden der Biber und viele andere heimische Pflanzen und Tierarten wieder einen natürlichen Lebensraum.